Jolan Chun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Offizier-Video. Bevor ich aber über Geordi LaForge rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auf die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns mal den epischen Geordi an. Er ist von der Klasse Ingenieurwesen natürlich, Chefingenieur der Enterprise und daher braucht man Ingenieurabzeichen, um ihn abzugraden. Er ist von der Gruppe Das Nächste Jahrhundert Crew, das heißt, wenn er Captain ist, kann er von anderen aus der Crew Synergien bekommen oder einem anderen Captain aus der Gruppe Synergie geben auf der Brücke. Und er gehört zur Fraktion Föderation, das heißt, du brauchst Fraktionscredits der Föderation, um ihn abzugraden. Wenn du Next Generation nie gesehen hast oder das nächste Jahrhundert, dann gibt es hier auch noch einen Infotext zu Geordi in der Infobox, aber da muss ich den meisten wahrscheinlich nicht viel über Geordi erzählen. Und noch nicht über seinen Visor. Zumindest für einen Großteil der Serie hat er den Visor. Er hat, wie man schon hören konnte, ein Kapitänsmanöver, das heißt, die Zerlegung eines Fusionsreaktors. Und das bedeutet, Geordi LaForge erhöht die Belohnung, die dein Schiff von besiegten Armada-Zielen erhält, um 50%. Das heißt, Geordi ist also ganz nett, wenn man Armadas angreift, um da mehr Beute rauszuholen. Und da er ein Offizier ist, den man wahrscheinlich, wenn man das Spiel dann mal angefangen hat, viel früher haben wird als ein Enterprise-E-PK, dann ist Geordi natürlich für Armadas eine gute Wahl, wenn man mehr Beute haben will. Wenn man eine Crew braucht, um wirklich stark zu sein gegen Armadas, ist er jetzt nicht die erste Wahl als Captain, aber wenn man leicht mit den Armadas klarkommt und Belohnungen haben will, ist Geordi sicherlich eine gute Wahl. Und da sind wir nämlich beim Stärkepunkt. Bei Stärke hat er nur für eine Armada-Sorte was zu tun. Seine Offizierfähigkeit ist nämlich das geistige Auge. Und das bedeutet, dass Geordi Laforge den Waffenschaden gegen klingonische Feinde sowie klingonische Armadas um 200% erhöht. Das heißt, Kampfbonus kriegst du von Geordi nur gegen Klingonen, sowohl Feinde als auch Armadas. Und deshalb ist er jetzt nicht mein bevorzugter Kampfoffizier für Armadas. Wenn ich wirklich starke Armada-Crews brauche, dann nehme ich natürlich die Chakotay-Crew und die Sisko-Crew. Aber in Kombination mit Riker ist Geordi sicherlich was Sinnvolles, wenn man noch relativ früh im Spiel ist, dann erstmal nur die Next-Generation-Armada-Crew zusammen hat und die anderen Crews noch nicht. Dann ist er eine gute Hilfe. Da musst du allerdings die Offiziere ein bisschen rumtauschen zum Teil, wenn es dann gegen klingonische Föderations- oder Romulana-Armadas geht. Weil die Next-Generation-Offiziere ja zum Teil gegen die unterschiedlichen Fraktionen Vorteile bringen und Geordi dann eben gegen die Klingonen. Als epischer Offizier hat er natürlich auch drei mögliche Fähigkeiten für Außenteam-Aufgaben. Das ist einmal Ingenieur, einmal Physiker und einmal anpassungsfähig. Wenn du Geordi nicht mehr so oft brauchst, ich arbeite jetzt ein bisschen dran, ihn abzugraden, weil ich ihn eben nicht mehr so oft brauche auf einem Schiff, dann kann man ihn gut für Außenteam-Aufgaben verwenden. Geordi kann man aber eben, wie viele andere aus der Next-Generation-Crew, dann für die erste richtige Armada-Crew auch relativ früh haben im Vergleich zu anderen, weil er in der Ultra-Rekrutierung mit drin ist. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, da ist er. Denn da kann man Geordi über einen ganz normalen Weg bekommen. Diese Rekrutierungsgeschichten, ich sage das ja wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, obwohl das sogar so viele Videos sind, aber da muss man natürlich immer Glück haben. Da ist es bei jedem anders, welche Offiziere da gezogen werden, welche Offiziere man früh bekommt. Also deswegen kann ich zu manchen Fragen dann auch wirklich nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, welche Offiziere du überhaupt hast. Also ist es schwer, für dich speziell jetzt irgendwelche Antworten für Crews zu geben. Ich mache immer die Videos zu den für mich am besten funktionierenden Crews, aber wenn du diese Crew nicht hast, dann Alternativen zu sagen. Dafür müsste ich genau wissen, welche Offiziere du komplett hast. Und so allgemein kann man zu den guten Crews dann nicht immer eine Alternative einfach sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die Crew mit William T. Riker mit Diana Troy, Geordi LaForge und so am Anfang hast oder früh hast, ist zumindest relativ hoch durch die Möglichkeiten hier. Worf und Tasha Yar sind übrigens eine gute Kombi dafür auch noch mit William T. Riker als erste Armada Crew. Aber wir sind ja bei Geordi und den gibt es eben nicht nur hier im Ultra-Rekrutieren. Wenn du wirklich Pech hattest mit Geordi und den einfach nicht kriegst durch das normale Rekrutieren. Wenn du dann bei den Transporter-Musterpuffern bist, da ist Geordi LaForge dann auch nochmal drin. Und hier kannst du ihn dann dir spätestens holen über die Transporter-Musterpuffer. Genauso wie Jean-Luc Picard. Von dem habe ich sonst nie was bekommen. Den musste ich mir komplett über die Transporter-Musterpuffer holen. Habe ihn jetzt aber endlich. Aber ansonsten ist Geordi sicherlich eine Hilfe, wenn man ihn früh bekommt, wie ich gesagt habe. Und da drücke ich auch die Daumen, dass das auch passiert. Später verliert er an Bedeutung. Aber trotzdem möchte ich wie bei jedem anderen Offizier und Schiff und so weiter auch deine Meinung wissen. Wie setzt du Geordi ein? Wie hast du Geordi eingesetzt? In welchen Kombinationen war er für dich wichtig? Aber auch wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist da im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.